Okay. Ich sag dir eines, Jesus gibt dir ein neues Leben in einer Qualität, wie du es noch nie gekannt hast. Und zwar, das ist, das Alte ist komplett vorbei. Komplett vorbei und es beginnt ein neues Leben in einer ganz neuen Dimension. Aber du musst dich auf diese Dimension einlassen. Und der Schlüssel zu dieser Dimension ist, dass du sagst, Jesus, komm du in mein Herz, ich mach mein Leben auch für dich und ich lade dich ein, dass du in mir wohnst, deinem heiligen Geist. Bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde.